Musik Heute zeigen Equitanas, viele Franz und ich euch, wie wir die Verstärkung entwickeln, sowohl im Trab als auch im Galopp. Kommt mit aufs Pferd! Viele, Franz und ich, zeigen euch heute Verstärkung. Wir fangen beim Galopp an. Angaloppieren, erstmal eine halbe Runde schön versammelter Galopp. Und daraus, das mache ich ganz gerne auch auf der Zirkellinie, auf der offenen Zirkelseite, langsam entwickeln. Galoppsprünge größer werden lassen. Und dann langsam wieder zurück. Aufnehmen und immer für diesen Übergang auch sich ein bisschen Zeit lassen, dass es nicht so ein plötzliches Loslegen ist, sondern ein Entwickeln der Verstärkung. Machen wir hier nochmal. Erst schön links stellen, langsam entwickeln, auch ein bisschen mitgehen mit dem Oberkörper. Nicht zu schwer sitzen, überstreichen, größer werden und dann sitzen, sitzen, sitzen und wieder versammeln. Gleiche können wir auch nochmal auf der anderen Hand machen, aber machen wir es da auf der geraden. Einmal fliegender Wechsel. Jetzt mache ich das wieder schön sorgfältig mit der Ecke. Aufnehmen, versammelter Galopp. Ecke, an der kurzen Seite schön versammelt galoppieren. So, gerade machen und dann langsam entwickeln. Groß werden, überstreichen und versammeln und aufnehmen. Bei jetzt so eine kleine Stockung können wir noch besser versammelter Galopp. Zulegen, entwickeln, schön gerade, aufnehmen, Ecke. Dann in der Ecke auch gerne mal eine Bolte reiten, dass das mit dem Übergang gut klappt und in der Ecke wieder der Galopp schön versammelt ist. So, und wieder zulegen und aufnehmen und Ecke und Loben und Schritt. Prima. Bei der Trabverstärkung mache ich es auch immer gerne so, dass ich auf dem Zirkel anfange. Das machen wir jetzt mal hier. Erst wieder den Trab schön versammeln. Noch ein bisschen tiefer einstellen, auch wenn da eine Drohne ist. Und eine Decke und verschiedene Kameras. So, erst nachgeben. Dann auf die Leichttraben. Erst mal auf der Zirkelinie schön langsam die Trabverstärkung entwickeln. So, erst mal nur den Takt und dann langsam größer werden. Wieder zurückkommen, versammeln. Und dann mache ich jetzt noch mal einmal durch die halbe Bahn wechseln und da noch mal einen schönen Mitteltrapp. Im Training bereite ich wenig Verstärkung, gerade bei den Pferden, die das gut können, die das haben. Hebe ich mir jetzt mal für das Turnier auf. Einmal hier. So, schön entwickeln. Übergang, zurückkommen. Und wichtig ist dann im Anschluss die Ecke. Das sorgfältige Durchreiten der Ecke. Fein, gut gemacht. Prima. Ich hoffe, es hat euch richtig viel Spaß gemacht. Und ihr seid hoch motiviert, die Übung mit eurem Pferd gleich auszuprobieren. Viel Spaß damit. und ich seid hoch. So, es hat euch ja über die Übung mit eurem Pferd, wenn es euch ja überlegt. Und ihr seid ja über die Übung mit mir.